kreuz damit kannst du die achse bauen das weißt du hallo hühnchen mir doch egal das eben schon wieder eine kiste gefunden gehabt mit glass paints und komischen dingern drin das traue ich ihnen sogar zu klar warum nicht doch kein problem mit ja light gray stand glass paints und mein im blade belliger keine ahnung das rezept an überhaupt dafür ja schön rüstung da kannst du die rüstung draus bauen hauptsache wir haben noch zehn milliarden cookies mehr weisen rüstung hallo enderman ich hab erstmal den 1 triple cookie kaputt gemacht jetzt haben wir erstmal kekse im vorrat aber ich kann mir vorstellen dass hier irgendwo noch diese komischen kisten sind vor eine zumindest das ist echt geil gemacht diesmal ich hab das aber durch jemand anders gesehen gehabt deswegen haben wir können wir müssen den redstone furnace mal anschließen irgendwie ja da oben ist oh nein nicht noch mehr cookies gerade kiste gefunden mit mehr cookies ok zyanid und reaktor cool import nice flint muttert button ok ein helm wieder mit öhrchen oh nein ach ja ich kann damit wieder versteckte sachen finden stimmt ja womit mit dem helm ok wir müssen auch gucken wie wir dann später wieder strom machen können ja ich sag doch wenn ich sobald ich mir produziere ich aber ist alles ins unendliche den mod haben die nicht an dem mod haben die nicht ich hab grad mal den redstone furnace angeschlossen wegen kartoffeln backen wegen kartoffeln machen was ist das ich sehe die ganzen spuren entlang ich sehe die ganzen spuren entlang ok lass mich mal gib mal ich möchte mal gesehen ich will nicht einfach kriegst du doch wieder ich bin ja kein arsch so wie du ich mach mal genäht hier aus what the fuck was ist das denn wow also ich tu mal hier eben die festplatte mit rein war ja schon geil ne mhm so ja wiii nix 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 ja nix nix wiii nix 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 z Das brauchen wir immer. Wie brauch ich denn? Fünf Stück brauchen wir davon? Okay, das mach ich mal eben. Die Cookies hab ich noch nicht gewollt. Ja, viel Spaß. Cookies? Hab ich noch nicht gemacht gehabt. Deswegen, hier sind noch mal ein paar Compressed. Nächstes. Jar of Cookies. Compressed Cookies? Okay. Hey, was ist das? Ach nö, nicht doch. Eins. Was? Was? Papp. Papp. Guck mal, hinter dir. Warte. Hier geblieben! Maddy Manirator. Oh nö. Zwei Stück schon. Okay, ich muss irgendwie Cookies duplizieren können. Das heißt, ich muss Cookies kommunizieren. Das heißt, wir können uns endlich Weaver Packs holen. Easy. Was? Ja. Was ist das? Ach so. Ne Kabine. Da kannst du unten zoomen. So. Ich glaub, das ist ganz schön groß das Ding. Kann das sein? Okay. Noch ein Kaktusschild. Noch ein Kaktusschild. Wuuu. Ähm, ja. Ich wollt ja. Machen. Zack Zack. Oh, Bücherregale. Sei davon. Guck dir mal erst mal das Schild an. Wie das aussieht. Kein Moment. Total OP. Nein. Ich weiß gar nicht, wie man die auswählen kann. Aber jetzt sind die einfach nur als Block da mit drin. Welche? Die Schilde. Weil ich hab jetzt ein Schild übrig. Ein Kaktusschild. Ich weiß nicht, hast du drei überhaupt? Hab drei, ja. Ja. Okay. Ich hab jetzt ein Obsidian, ein Harder Schild, ein Kaktuss und ein Flint wie Flint. Hier. Wo hast du das Eisen her? Oder hast du die Rüstung bekommen? Das sind so ne komischen Eisenspuren die wir haben. Du kannst nix anderes draus machen. So. Naja, dann ist es egal. Ich hab ja schon was. Wow. Neun Dagger. Hm. Und ein Buch hab ich bekommen. Kaktusschild? Achso, das Ding. Ja, hab ich auch schon. Aber wir können ja drin schreiben. Wollen wir nicht. Bücherregale. Redstone. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Den Bau behalte ich vielleicht noch. Hast du auch deine Kartoffeln schon gebraten? Ne. Warum? Ich fresse erstmal Melonen. Okay. Axt und Schwert. Ja, aber die halten halt länger, ne? Ich könnte das voll ans Gesicht werfen. So, was können wir noch claimen? Ne, das ist Back to Win. Das kennen wir ja. Fight in the Night. Oh, Climb Reward. Nein, nicht Gladick schon wieder produzieren. 20 20 bucket 200 centos quartz crystal ich brauche eisen haben wir denn doch tinker für euch eisen blöcke und so komischen wicks konnte ich aus leben herstellen aber ich habe erst mal noch ein reword pack die triple compress hattest du fertig gemacht ne welche die triple compress cookies ja ja die habe ich schon fertig gemacht aber die gibt nimmt er nicht irgendwie nicht an doch war da bei mir fünf von den lapis albus weiß gab sie nicht unten in dem anderen ding drin was die weißen lampen hatte ich glaube ja ich guck mal eben ja nicht in die spektator drehen gehen ich will nicht in die ding reingehen kurz weg kukicha ok hier kommen wir auch wieder zurück ok die ist rumgeporten ich bin froh dass ich ich habe gedrückt ich meine mich zu erinnern dass da hinten sind dieses weiße ein bettel ein schlag schild ich weiß aber nicht wie man das auslösen kann oder ob man da wirklich was mit machen kann nein ich weiß schon wie das funktioniert ist du hast auch oben wenn du in dein inventar reingehst oben diese schild ja die lege ich da rein ich weiß wenn du das alles da rein legst dann kriegt er die fähigkeiten mit auf der waffe die du hast ok deine waffe die ganze fähigkeiten mit deswegen hatte ich ja vom zombie auch den kopf bekommen durch den decker den ich da habe ne den decker wirfst du aber ne na äh nicht den decker den rapier meine ich achso der hat bestimmt da behind it oder so das war eigentlich ein anderer aufgemacht jetzt oder die alte welcher welcher achso achso das hat er wieder aufgemacht ok ähm ja oh nein weißt du wieviel skystone blöcke mussten wir haben keine ahnung skystone zehn stück ok klaust die da gerade aus der wand draus oder was ach ne aus der dimension das stimmt ja das geht da ja so rum noch 200 dann nehme ich halt noch paar abendbrüste mit ne wie ja sicher wenn du halt die ganzen kisten hier vergisst ich hä wieso die ganzen kisten vergessen ich hab doch nicht komplett geguckt du affe woanders mal ein paar kisten wo quest abschließen manual detect bist du denn unten drinnen ja und skystone block da hinten bist du ach wahrscheinlich sind die unter dem stein ne auch verteilt ne wir müssen die weißen lichter einsammeln die fünf stück die da oben drauf sind ja genau deswegen hab ich mich gewundert hier ich hab doch irgendwas weißes gesehen in der dimension wir haben ja gerade eben die zehn skyblock hier ein und kräfte skystone block ok da müssen wir gucken sky skystone block du musst ein small brick zusammen ok mit small endermen skystone skystone wick nämlich ein skystone block ok die 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 weißen eins von fünf also fünf habe ich schon ich habe auch gerade schon eins genommen aber ich mache manual detect dann geht das ne da sind die doch weiß er nicht weil wir so alle fünf haben äh ja das kannst du haben lapis celerator albus red ja das sind sie ja auch mh werden wir ja gleich sehen ne und wir alle haben Da oben sind vier Stück, okay. Nope. Die Obsidien-Spitzhacke ist echt gut. Okay, wie funktioniert das mit den Armbrüsten? Hast du Reward? Aua! Hast du Reward? Also die Quest jetzt? Ja, man. Geclaimed, geclaimed. Ich hab in dem Bag Gelorium-Fuel-Wort. Okay, das ist gut. Oh, eine Schaufel. Und Salpeter. Möchtest du eine Armbrust haben? Hast du denn alles kaputt? Die Lampen. Mal gucken, ob hier vielleicht noch was runter ist. Wir kennen die ja. Allmählich kennen wir den Typen ja, ne? Guck mal hier. Du kriegst Bronze. Da sind die meisten von. Aber allmählich kennen wir den Typen ja schon. Ja, sicher. So, auch wie der überall was versteckt hat. Im dritten Teil. Wiii! 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 Müssten irgendwie Erze mal haben, ne? Haben wir sonst noch irgendwas hier, wo wir durchgehen? In der Mittel-Tower ist ja nichts mehr. Ne. Hier drüben ist, weiß ich nicht, warum der Raum hier so ist. Keine Ahnung. Und hier haben wir drüben, hier hatten wir eine Holzproduktion. Wobei man eigentlich, hier sind auch noch Materialien drin, ne? Hier unten. Das wird zu... Das ist... Hier sind auch meine ganzen Sachen noch drin. Die muss ich auch mal eben hauen. Warum nehmen wir nicht eigentlich die ganzen Kisten, Matt? Warum sollten wir das? Weil die nervig zum Abbau sind. Ah, die könnten wir eigentlich in den Melonenraum packen, ne? Hä? Man, die Kisten... Ähm... Ist die Obsidian schon kaputt gegangen? Hm? Oder hab ich die auch unterwegs aus dem Weg geschmissen? Das kann auch sein. Muss noch mal schnell gucken gehen. Also... Mach ich aber... Magnet an. Hab ich ja auch immer teilweise. Aber wenn ich jetzt nicht bei dir nenn... Ich hab sie echt eben außerdem weggeschmissen. Mhm. Wow, das wär was gewesen, wenn die weg gewesen wär. Wir können die doch upgraden eigentlich. Oder hat die kein Slot mehr? Ne, ne? Weil dann können wir die mit... Die hat... Kartoffelbatterie antreiben. Ähm... Doch. Modification Remaining 1 mit Shift. Kannste gucken. Oh, die Kisten dauern mit Obsidian auch ganz schön lange. Ja, sicher. Aber wir bräuchten eine Funktion... 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 Nelle... Produktion. Hm. Ich hab' die Kartoffel gefrisst. Äh... Fisch. Äh... Hier raus! Notz-Zombie. Da unten eigentlich. Frag sie doch. Chisel den Dagger. Könnte ich eigentlich da reinpacken. Aha! Ja! Gut, dass ich das gemacht hab. Wie gesagt, wir kennen den ja schon so lang, allmählich. Irgendwo ist immer was. Ich will diesen Durchgang, bevor du in die anderen Räume reinkommst. Mhm. Bin ich hier mal runtergegangen. Aber durchs Licht durch und dann ab nach unten. Okay. Was war dahinter? Natürlich ne Kiste. Hä? Was sind die? Äh... Wo ist denn? Okay. Keine Ahnung. Ist aber nicht so klar, dass da irgendwie wieder was ist. Torches? Ich hab' keine Torches mehr. Torches! Hm. Aber wie viele Batterien haben wir denn? Ich weiß gar nicht. Wir können... Ne, ich glaub wir nehmen den... Nehmen wir die Kartoffeln? Wir können die Kartoffeln nehmen, ne? Hey. Ah. Warte mal. Da. Oh! Beikön! Hab ich gefunden gehabt da drin. Äh... Pick Iron... Pick Iron Pickaxe Head. Und Pick Iron Platter. Also man kann... Wir können sie nur updaten. Dann ist sie ne Fluix. Also ich hab's jetzt upgedatet. Hm. Blancased. Hm. Mit der Batterie hier. Meine Kartoffeln. Kartoschka Batterie. Wir bräuchten einen Iron. Agra... Agrarfarmer. Was? 125 Karotten und 125 Kartoffeln müssen wir haben. Ja. Okay, aber das müssen wir machen, weil wir Kaktus brauchen. Wir brauchen Kaktus... Ach, wir brauchen... Kaktus und Bamboos. Alles klar. Willst du noch rein? Sonst weckst sich die Biosphäre aus. Nein, nein. Ja, dann wechsel. Okay, warte mal ob ich... Ach, die hab ich in der Tasche. Guck mal hier durch. Durch die Wand. Warum? Warum? Weil wir hier später eh noch erweitern werden, wie wir uns kennen. Ja. Dass wir nicht immer die Biosphäre aufmachen müssen. Dinger. Hast du hier die ME-Chefs ran gesetzt? Ja, ja. Ja, ja. So. Habe ich gemacht. Ist das gut bei Bacon? Das ist kein sehr guter Bacon, er gibt mir nur zwei Herz. Hm. Wir haben ehl Terminals. Also wir könnten hier oben ein Terminal auf... Beim Drive haben wir. Wir könnten das Drive anschließen da hinten. Das würde ich sagen, das könnten wir da hinten alles anschließen. Weil wir hier haben wir... Oder da vorne, ne? Wir bauen es da vorne auf, wo du gerade durchgebohrt hast. Kann ich eigentlich gleich mitnehmen, ne? Hallo Zombie. Wir brauchen ein Crafting Terminal, das reicht. Ein Interface brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur die beiden Sachen. Hallo Zombie. Mach ich hier die ganzen Zombies drin? Liebe. Ach ne, die spawnen ja mit da durch, ne? War da nicht was? Wir bleiben hier. Da war doch irgendwas. Kacka. Du bist Kacka, ich weiß. Nee, das... Lilian Seeds, okay. Die kommischen Pipes wieder. Die ich hasse. Hat mir nicht irgendwo Wenches? Da glaube ich, ja. Wir haben ja auch noch andere Seeds. Für Sugarcane und so. Werden wir auch noch gebrauchen, das weiß ich jetzt schon. Okay, ist auf jeden Fall kein Zaster drauf. Hm? Wo ist nichts mehr drauf? Hier ist auf jeden Fall auf das ME System ist Null Strom drauf. Hm. Ich nehm noch einen, darf's von. Ne, jetzt. Couch. Laut dem E-Terminal ist da nichts drauf. Ähm, ja. Ja. Also ich... Wow. Junge. Das war... Ich wusste nicht, dass er gleich automatisch schießt. Er ist wenn ich Lust das, aber... Voll getroffen. Hast du die Armbrust genommen, ja, ne? Ja. Also die Biosphäre ist drin, ne? Ja. Okay. Wollte ja... Es ist hier drin, ne? Das würden wir die Seeds mit anbauen eigentlich. Ja, sie bauen sich ja klar, müssen wir mal gucken, dass wir die anbauen, aber das ist ja schon...